Wusstest du, dass mehr als zwei Milliarden Menschen an Anämie leiden, die durch Eisenmangel verursacht wird? Eisen spielt eine wichtige Rolle bei vielen Körperfunktionen, vor allem beim Transport von Sauerstoff im Blut zu allen Zellen im Körper. Außerdem trägt Eisen zur Erhaltung gesunder Haut, Haare und Nägel bei. Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des Proteins Hämoglobin, das den Sauerstoff von der Lunge zu anderen Teilen des Körpers transportiert. Frauen, besonders in den gebärfähigen Jahren, haben aufgrund des Blutverlustes während der Menstruation das höchste Risiko für Eisenmangel. Du kannst Eisen aus zwei verschiedenen Quellen bekommen, Pflanzen und Tiere. Tierische Quellen enthalten Hemeisen, während pflanzliche Quellen nicht Hemeisen enthalten. Während Hemeisen leichter vom Blut aufgenommen wird, haben einige Studien einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Hemeisen und koronarer Herzkrankheit festgestellt. Zu den pflanzlichen Eisenquellen gehören einige angereicherte Getreidesorten, weiße Bohnen, dunkle Schokolade, Linsen, Spinat, Tofu und Kichererbsen. Da so viele Menschen weltweit Anzeichen von Eisenmangel zeigen, solltest du wissen, worauf du achten musst, um ernsthafte Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Hier sind fünf Anzeichen, dass du einen Eisenmangel haben könntest. Nummer 1. Du fühlst dich ständig müde. Während extreme Erschöpfung viele verschiedene Krankheiten und Zustände signalisieren kann, solltest du deinen Eisenspiegel überprüfen lassen, wenn du dich über längere Zeit so fühlst. Laut Experten ist Müdigkeit das häufigste Symptom, das mit Eisenmangel in Verbindung gebracht wird, und tritt auf, weil der Körper nicht effizient Sauerstoff in das Blut transportieren kann. Wenn du nicht genug Sauerstoff in deinem Blut hast, wirst du schnell etagisch und schwach. Darüber hinaus können die roten Blutkörperchen in deinem Körper weniger Hämoglobin als normal enthalten. Dies kann zu Müdigkeit führen, da diese Zellen Schwierigkeiten haben, Sauerstoff von der Lunge zum Rest des Körpers zu transportieren. Nummer 2. Du bemerkst signifikanten Haarausfall. Ein weiteres verräterisches Zeichen für Eisenmangel ist Haarausfall. Während der Verlust von etwa 100 Haarsträhnen pro Tag normal ist, kann eine erhebliche Menge an Haarausfall auf ein ernsthaftes, zugrunde liegendes Problem hinweisen. Experten zufolge geraten die Haarfollikel, wenn sie nicht genügend Sauerstoff erhalten, in einen Ruhezustand und die Haare fallen aus und wachsen erst wieder nach, wenn die Anämie behoben ist. Wenn du übermäßigen Haarausfall bemerkst, achte darauf, dass du mehr eisenhaltige Lebensmittel zu dir nimmst. Oder erwäge die Einnahme von Eisenpräparaten. Nummer 3. Du wirst häufig krank. Wenn unser Körper irgendeine Art von Nährstoffmangel hat, wird unser Immunsystem automatisch schwächer, weil es nicht über das verfügt, was es braucht, um Infektionen effizient abzuwehren. Ärzte sagen, dass rote Blutkörperchen dabei helfen, Sauerstoff zu Milz zu transportieren, einer Schlüsselstelle, an der der Körper Infektionen abwehrt. Ein Mangel an Eisen im Blut kann den Körper bei der Abwehr von Infektionen stark beeinträchtigen. Außerdem transportieren die roten Blutkörperchen Sauerstoff zu den Lymphknoten, die leistungsstarke weiße Blutkörperchen zur Infektionsbekämpfung enthalten. Wenn du einen Eisenmangel hast, wird dein Körper nicht genügend weiße Blutkörperchen produzieren, was dich anfälliger für Infektionen macht. Nummer 4. Du hast blasse Haut. Obwohl viele gesunde Menschen blasse Haut haben und keine Krankheiten oder Mangelerscheinungen aufweisen, könnte die fehlende Farbe der Haut auf einen Eisenmangel hinweisen. Das im Blut enthaltene Hämoglobin trägt zur rosigen Farbe der Haut bei, was bedeutet, dass niedrige Werte die Haut geisterhaft erscheinen lassen können. Wenn die roten Blutkörperchen zu wenig Eisen enthalten, werden sie kleiner und in der Mitte blasser, sodass auch die Haut blasser wird. Du solltest vor allem die Innenseite des unteren Augenlids im Auge behalten. Du kannst es zu Hause nach unten ziehen, um diesen Bereich deines Auges zu untersuchen. Wenn es rot aussieht, hast du wahrscheinlich keinen Eisenmangel. Wenn es weiß oder blass ist, solltest du einen Arztbesuch für weitere Tests einplanen. Nummer 5. Deine Zunge ist geschwollen. Wenn der Körper nicht genug Sauerstoff hat, können die Muskeln geschwollen und wund werden. Wenn du einen Eisenmangel hast, kannst du auch Risse an der Seite deines Mundes bemerken. Wenn du denkst, dass du einen Eisenmangel hast, solltest du zuallererst einen Arzt aufsuchen. Er kann dir helfen, herauszufinden, welche eisenhaltigen Lebensmittel du in deiner Ernährung aufnehmen solltest oder dir einige Eisenpräparate empfehlen, die dir helfen, den natürlichen Eisengehalt deines Körpers wiederherzustellen. Hattest du schon mal einen Eisenmangel? Schreib es uns in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.